Hallo und herzlich willkommen bei Nachhilfe für Dich. Heute zeige ich euch eine kurze Einführung in die Theorie des Textverstehens. Und zwar geht es dabei um mehrere Theorien der Textverständnis-Theorie, die wir ja nicht unwesentlich im Deutschunterricht verwenden. Wenn wir ein Leser sind, der sich interpretierend mit dem Sinn eines Textes beschäftigt, dann müssen wir immer diesen Text zunächst verstehen. Hierbei wenden wir schon eine Lehre an, die wir wahrscheinlich noch nie vorher gehört haben. Man nennt das Hermeneute. Das ist die Lehre des Verstehens und diese untersucht, wie die Leser den Text als Bedeutungszusammenhang sehen und welchen Bezug sie zur Wirklichkeitserfahrung haben und zum geschichtlichen und aktuellen Hintergrund. Es gibt ein sogenanntes hermeneutisches Dreieck. Das bezieht sich einmal aus dem Interpreten, dem Objekt und dem Mittel. Also der Text, derjenige, der das schreibt und das Medium quasi. Also der Vermittler oder Autor, das Mitgeteilte und die Ebene der Information, worin sich das befindet. Das hermeneutische Dreieck zwischen Autor, Text und Leser ist ein Anhaltspunkt für eine methodische Vorgehensweise im Textverstehen. Die Hermeneutik verwendet die Fragestellung, welche Probleme wir in Sachen Verständigung haben können, wenn wir einen literarischen Text vorliegen haben. Und zwar kann es ja sein, dass ein Text aus einem bestimmten geschichtlichen Kontext kommt, da wir aber aus einem anderen geschichtlichen Kontext kommen, verschmelzen diese zu einem gegenwärtigen Verstehenshorizont. Ein Autor aus früheren Zeiten wird bei damaligen Lesern andere Erfahrungen, Normen und Ausdrucksformen voraussetzen können und vorfinden, als dies bei heutigen Lesern der Fall ist. Und das wird in diesem hermeneutischen Dreieck berücksichtigt. Wenn wir mithilfe des hermeneutischen Dreiecks anfangen, Texte zu verstehen, kommen wir dem Textverständnis, so wie es sinnvoll ist, näher. Es gibt noch andere Methoden, sich den Text zu erschließen, und zwar eine biografische Methode. Dabei orientieren wir uns daran, wer war der Autor, aus welchem geschichtlichen Werk er kommt. Ihr findet auf meinem Kanal zum Beispiel eine Interpretation von Kafkas der Prozess nach biografischen Gesichtspunkten, weil sich da auch biografische Elemente finden. Außerdem gibt es eine rezeptionsorientierte Methode. Zum Beispiel stammt es von Jean Prassatre, der hat den Verstehensprozess als ausgehend von gerade lesenden Menschen konstruiert. Ausgehend von der hermeneutischen Interpretation gibt es noch die Methode der Dekonstruktion. Hier werden Geschichte, Sinn und Subjekt aufgelöst, zu einer Einheit verschmelzen. Und es geht nicht um einen einheitlichen Sinngehalt des Textes, sondern man versucht, die Struktur zu ergründen und diese vernetzt zu begreifen. Die Arbeit am sprachlichen Kunstwerk der strukturellen Methode gewinnt so wieder an Bedeutung. Als letzten Aspekt, den ich hier nennen möchte, ist die Intertextualität. Das ist ein Untersuchungsaspekt, in dem epochenübergreifend die Inhalte und sprachliche Bezüge formuliert werden. Ja, das war jetzt erstmal nur eine kurze Einführung um das Thema Text zu verstehen. Aber ich soll euch ein bisschen Theorie an die Hand geben. Das Buch ist nicht für Studenten, also das Video hier ist nicht für Studenten, sondern nur für Abiturienten gedacht. Also bitte flamt mich nicht dafür, wenn das nicht eurem Anspruch genügt. Es soll ein Einstieg sein. Über Hermeneutik könnte ich ganze Kanäle gestalten. Muss ich aber nicht, weil es nur erstmal ein Impuls ist für Abiturienten. Danke und bis bald. Danke und bis bald.